So, ihr seht ein Video, ihr seht jemanden, der da spricht, das ist meiner einer hier im Beispiel und ihr mögt ihn oder ihr mögt ihn nicht. Was anderes gibt es nicht. Die, die mögen, folgen und mit denen hat man dann auch Spaß. Die, die einen nicht mögen, folgen auch allen nicht. Wenn man Pech hat, folgen sie trotzdem, um dieser Person zu schaden. So sieht es aus. Herzlich willkommen online. Das ist das Leben für alle Newcomer, die online gehen wollen. Also alle, die online gehen, ihr müsst damit leben, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen oder sich selber nicht mögen. Und weil sie sich selbst nicht mögen, müsst ihr dann darunter leiden. Nicht nur die Herrschaften da, die im Zenit des Ruhmes stehen, nein, auch wir, die halt im Drecke liegen, wenn ich es mal so sagen darf. So, dieses Video ist all denjenigen, welche, die da der Meinung sind, irgendjemanden irgendwie ärgern zu müssen, zu wollen, aus welchem Grund auch immer. Ihr wisst genau, was ich damit meine und ihr wisst auch, wen ich meine. So, ich mache es ja halt beruflich und beruflich brauche ich an sich dieses, jenes nicht. Aber, da wir ja jetzt in dieser Art von Pandemie sind, dass wir, wenn ihr mal richtig nachschaut, wie alles umgewandelt wird in digital. Morgen ist das Analoge eben zu Ende. Vielen Dank. Vielen Dank.